Das ist Herr Müller. Herr Müller ist Geschäftsführer eines kleinen Hotels. Täglich bekommen er und seine Mitarbeiter Mengen an Feedback von den Kunden. Gerade positive Kommentare würden sie gerne effektiver nutzen und damit andere Kunden anwerben. Fast alle Buchungen nimmt das Hotel mittlerweile über das Internet entgegen und somit möchte er seinen Auftritt in Online-Bewertungsportalen verbessern. Denn bisher hat er, wie viele seiner Mitbewerber aus der Tourismusbranche unterschätzt, dass Bewertungen massiv die Kaufentscheidungen neuer Kunden beeinflussen. Bisher weiß Herr Müller aber nicht, wie er an das Thema Online-Bewertungsportale herangehen soll. Erste Versuche mit Plattformen wie Google, TripAdvisor oder HolidayCheck haben viele Fragen aufgeworfen. Und auch seine Mitarbeiter und befreundete Unternehmer aus der Hotellerie und Gastronomie konnten ihm nicht weiterhelfen. Sie alle sind sich unsicher, welche Portale und Strategien zum gewünschten Erfolg führen können und wie viel Zeit sie neben dem Alltagsgeschäft investieren müssen. Außerdem weiß er nicht, wie er mehr Kunden dazu animieren kann, Online-Bewertungen über sein Hotel abzugeben. Doch genau diese und viele weitere Fragen und Herausforderungen werden in dem Modul Online-Bewertungsportale des Projekts Tourismus 4.0 Schleswig-Holstein behandelt. Das Modul richtet sich an kleine und mittelgroße Unternehmen in Schleswig-Holstein und bietet konkrete Anwendungsbeispiele für touristische Betriebe. An einem Abend setzt sich Herr Müller also an seinen Laptop und geht ohne weiteres Vorwissen in den Online-Kurs. Er hat sich aber schon mal mit dem Auftritt seines Unternehmens auf den Bewertungsportalen vertraut gemacht und kann so die Tipps und Tricks aus den Modul sofort anwenden. Ilka Rückheim von der Netzvitamine GmbH führt mit Videos, Interviews und Co. durch den Kurs und vermittelt in zwei Stunden, welche Informationsquellen für Reisende interessant sind, welche Plattformen für Unternehmen von Bedeutung sind und wie mit Bewertungen umgegangen werden kann. Nebenbei hat er durch die abwechslungsreichen Lerninhalte für die Zukunft klare To-Do-Listen und Handlungsanweisen speziell für sein Unternehmen anfertigen können. Und auch auf das Worst-Case-Szenario eines Shitstorms fühlt er sich jetzt vorbereitet. In dem Abschlusstest kann er seine neu erworbenen Kompetenzen überprüfen und festigen. Dank des geringen Zeitaufwands und der praxisorientierten Inhalte weiß Herr Müller nun, wie er mit Online-Bewertungsportalen umgehen muss, um sein Unternehmen optimal im Internet zu präsentieren. Er kann selbstbewusst mehr Bewertung generieren und geschickt auf diese reagieren. Konnten wir Ihr Interesse wecken? Dann melden Sie sich jetzt für die kostenfreie Probephase ab Januar 2019 an.